Was ist Smart Production, Industrie 4.0, die Entwicklung der Zukunft zu einer zukunftsgerichteten Produktion? Das sind die Herausforderungen, denen wir uns alle gemeinsam stellen, ganz gleich auf Verbandsebene, auf Unternehmensebene. Wir haben die Herausforderungen zu lösen, das können wir nur gemeinsam tun und das auch Hand in Hand. Kleine Unternehmen, große Unternehmen, technologietreibende Hochschulen. Wir möchten gemeinsam mit allen Akteuren hier unterwegs sein als Netzwerk Smart Production und uns ist es wichtig, in dem Zusammenhang Innovation zu treiben, aber gleichzeitig auch den Weg zu beschreiten. Denn hin zur digitalisierten Produktion ist es ein langer Weg.